Mein Name ist Alexander Kerner. Ich bin Bürger der Deutschen Demokratischen Republik. Und ich hab ein Problem. Sie liegt seit Monaten im Koma. Davon liegt meine Mutter! Die Mauer ist weg. Eigentlich ist das kein Problem, aber... ...meine Mutter hat von all dem nichts mitgekriegt. Alles, warum sie glaubt, hat sich ein paar Monate in der Luft aufgelöst. Einfach so. Nur jetzt ist sie aufgewacht. Einen zweiten Infarkt muss sie nicht überstehen. Ja, nur die Gefahr einer Aufregung von ihrer Mutter fernhalten. Was soll ich denn jetzt machen? Der ganze Krempel muss hier raus. Die Mama muss das Zimmer genauso vorfinden, wie sie es verlassen hat. ... ... ... ... hat sich ja gar nichts verändert hier. Was soll sich auch schon verändert haben? Ich hab so'n Heißhunger auf Spreewaldgurken. In Spreewaldgurken? Mensch Junge, wo lebst du denn? Wo soll ich denn die Fernsehgurken gucken können? Drei, zwei, eins, Berlin. Und in den DDR-Botschaften Prag und Buda. Wie ist das mit den 20 Mark? Hier ist die Arbeit. Mama, du bist die beste Mutter auf der Welt. Alex? Und wir lieben dich alle. Was sind das?